Was ist Deadpool? Das muss so sein. Wir haben schon ganz viele Deadpool-Punkte, fast 3000. Komm! Wie geht das? Na was kommt jetzt? Wieso? Wie kann man auch sowas? Oh! Manchmal ist es das Setup-Werk, das wird dich alle ausgerichtet. Bounce Hubs! Check! Boing! 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 Oh, wir können ja schon weiter. Ich habe genug gehöpft. Oh. Ja, wie. Drücke E für tödliche Grüße. Ach so. Alles klar. Oh. Wir wollen natürlich richtig badass sein, deswegen sammeln wir das. Das machen wir alles ein. Ah, hier haben wir. Hm, was wollen wir denn? Haben wir das jetzt gekauft? Oh, verbessern. Okay, kaufen wir halt erst mal Verbesserungen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das ganz zu Ende spielen, aber bisher macht es Spaß und ich werde so lange spielen, wie es noch Spaß macht. Oh. Boah, fast runtergefallen wieder. So, wir sammeln hier natürlich die ganzen Deadpool-Dollar ein. Ach, Punkte, nicht Dollar. Kein Problem für uns. Das ist so, dass man das denn für gereicht. Ist so, dass man das denn für gereicht. Das ist so, ach. Das ist so, ach. Das ist so, ach. Was? Oh. Hello? That pool is in the building. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you are. Have you got a healing factor? No! I can't teleport yet. Try again! Oh. You hit like a girl. So. Läuft doch. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Munition. Da geht's ab. Deadpool is in the building. Oh, was war das denn? Oh yeah. Oh. Da sind ich endlich noch mehr Gegner? Wer möchte einen in die Frösse bekommen? Deadplay verteilt gratis. Oh. Ich hoffe, es war es wert. Hm, die Elevators sind verabschiedet. Oh, ich weiß! Lass uns nur noch ein paar Chimichangas holen und warten, dass wir ihn nach unten kommen. Oder wir können einen Weg finden, um das gesamte Gebäude zu verhindern. Das würde ein System-Reset verhindern, um die Kraft zurück zu dem Elevator zu bringen. Haha, ich mag diesen Mann. Wir sollten ihn umdrehen. Wir behalten ihn. Shooter! Shooter! Calm down! Shoot the red box! Somebody get down there and shoot their clown! I am not a clown, sir! Look at me when I'm talking to you! Hallo, ich muss erst mal nachladen. Chillt mal. Ich liebe die Kuhl-Därung. Ich liebe die Kuhl-Därung. Ich liebe die Kuhl-Därung. Ich werde es zu schlafen, wenn du es möchtest. Ich werde es zu schlafen, wenn du es möchtest. Ich werde es zu schlafen. Was denkst du? Schlafen, oder? Heilen sich meine Leben? Ja, heilen sich. Okay. Dann weiter zum Wartungsraum. Genau, hier lang. Überraschung. Ja, wo ist er? Ja, das ist die richtige Musik. Ja, ja, so etwas wie das. Locken und los! My, welche große Generator du hast. Ist das Kode? Nein, in your endo. Haha, in your endo, in your endo. Also, PC-Steuerung muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Da liegt ne neue Waffe. Richtig. Neue Verbesserung. Verbessern. Was ist das? 15 Schaden? Hä, das können wir noch nehmen. Können wir hier auch was verbessern? Verbessern. Wo ist wieder epische Musik? Ich denke, du musst die Überlebenden, um das zu passieren. Ich werde dich erreichen. Ich werde das tatsächlich wiederholen. Ich werde das wiederholen. Siehst du? Diese sind Bullets. Sie sind Bullets. Wir knallen sie einfach ab. Wie in der Hölle sind die Böse? Ich kann nicht sehen. Lass auf deine Kinder. Sie sind mich. Es ist nur, dass ich heal. Ich habe einen sicken Heilungsfaktor. Geh an ihn. Oh, komm mal. Ich schaue, weil ich interessiere. Gännt er mir auf.